So, die Damen! Mein Gott, so möchte ich auch noch gegrüßt werden. Alle Kuchenstücke sind verteilt, literweise Kaffee nachgeschüttet. Ich muss wieder zum Schiffsbuch, wir können aus der Schleuse fahren. So, hier bin ich. Oh, ich muss die Leinen losmachen. Ja. Oh Gott, Leinen los, Leinen los, meine Schwimmweste an. Moment. Alle Leinen sind gelöst, ich kämpfe draußen noch mit den dicken Tauen. Innenmund Kapitän Jansen, Kurs auf den Dortmund-Ems-Kanal. Tolle Aussicht, grünes Rufwerden, der klassische Matrosenjob, auch auf den anderen Schiffen. Hallo! Und auch schon geschrubbt? Ja! Meine Belohnung fürs Putzen? Kurzes Bräuschen und Bräuschen mit dem Kapitän. Chris Jansen ist hier auf dem Schiff seiner Eltern aufgewachsen, war auch Matrose. Seit vier Jahren ist er der Kapitän. Die Santa Monica nennt er liebevoll seine alte Dame. 130 Jahre ist er der Kapitän.